Achtung, Achtung! Es kommt jetzt ein vorsichtiges Becci ins Bild. Eins, zwei, drei. Sanft fallen lassen. Ich hab schon gemerkt, wie ich ein bisschen runtergegangen bin. Es wird immer gefährlicher, aber ich hab's geschafft. Jo Leute, was geht? Ich bin Soro Becci, ich bin wieder da mit einem neuen Sternzeichen-Video für euch. Ja, ihr wolltet unbedingt noch eins sehen und ich dachte mir, wir machen jetzt eins, wo ihr alle mitmachen könnt. Wirklich alle. Ihr müsst mitmachen, Leute. Bewachtet euch also mit einem Stift und mit einem Papier oder einem Heft oder mit eurem Handy. Keine Ahnung, wo ihr das reinschreibt, aber macht mit und findet zusammen mit mir raus, welcher Typ Sternzeichen du bist. Passt dein Sternzeichen zu dir oder so gar nicht? Schreibt euer Ergebnis am Ende des Videos unten in die Kommentare. Euer eigentliches Sternzeichen, euer Ergebnis und dann seid ihr euers geworden oder ein komplett anderes. Und ich bin gespannt, was bei mir rauskommt. Eigentlich bin ich normalerweise immer Steinbock, also irgendwie passt es ziemlich gut zu mir. Aber wenn schon wieder blau kommt, ich weiß ja nicht, blau ist nicht so meins. Irgendwie verfolgt mich diese Farbe. Viele solche Collagen sind immer auf Englisch, deswegen blende ich euch hier irgendwo die Liste ein. Also findet euer Sternzeichen, falls ihr nicht genau wisst, wie euers auf Englisch heißt. Keine Sorge, ich habe vorgesorgt für euch. Finden wir 30.000 Leute, die genauso sind, wie ihr Sternzeichen immer voraussagt. Finden wir so viele, dann lasst einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wusch. Okay, das erste sind Outfits. Wir haben hier vier Stück, mehrere Sternzeichen sind zusammengefasst. Okay, wo ist... Ah, ich habe Steinbock gefunden! Und, ich will ja nichts sagen, aber... Schwarze Leggings, weiße Sneaker, Schlabberpulli. Das bin sowas von ich. Ich glaube, anders kennt man sich nicht. Aber ich muss sagen, mir gefällt auch das Outfit unten bei Jungfrau, Stier und Fische. Das mag ich auch super gerne. Und ich mag den Pulli bei Wassermann und so weiter. Aber ja, ich glaube, ich bin sowas von mein Outfit. Ich mag es. Total gemütlich. Passt also. Jetzt haben wir Freundschaftsarmbänder. Vielleicht kennt ihr das ja auch von den Visco-Girls. Irgendwie tragen die ja super gerne. Ähm, ich weiß nicht, ob ich so ganz so Steinbock diesmal bin. Also, ich meine, es ist rosa-weiß. Eventuell würde ich es mir auch holen. Aber ich mag auch Löwe. Oder Zwilling. Also, irgendwie gefällt mir Löwe sogar noch mehr. Und das würde ich mir wahrscheinlich von allen am ehesten kaufen. Aber, ja, ich finde jetzt meins nicht schlecht. Also, es würde mir auf jeden Fall auch gefallen. Sagen wir es mal so. Also, zähle ich das schon als Punkt. Aber irgendwie bin ich auch da ein bisschen Löwe. Uh, Cupcakes! Oh mein Gott, ich bekomme Hunger, wenn ich das sehe. Ähm, wo ist meins? Und mal ganz im Ernst, nein. Nein! Ich würde mir never ever ein Zitronen-Cupcake kaufen. Das würdet ihr mich niemals kaufen sehen. Also, nichts gegen Zitronenkuchen. Ich mag den eigentlich. Aber es ist nicht meine erste Wahl, Leute. Das allererste, was ich mir holen würde, wäre... Ihr könnt jetzt mal gerne unten in die Kommentare wieder reinschreiben, was es wäre. Ihr könnt jetzt raten in 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1... Da, wer aus Team Becky kennt mich? Wer hätte es richtig erraten? Ich hätte mir Wassermann gekauft. Oder Zwilling finde ich auch nicht schlecht. Aber Wassermann. Hallo, Regenbogen? Werkt ihr eure Farbe? Also, bei mir kommt so ein richtig komisches... Was ist das? Ist das grau oder was raus? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Nein, Leute, das würde ich mir auf gar keinen Fall holen. Also, das ist total easy. Ich wäre vage in dem Fall. Also, schwarze Leggings sowas von. Ansonsten auch Wassermann fände ich nicht schlecht von der Farbe her. Ab und an trage ich auch eine blaue Leggings. Aber ich bin sowas von vage. Also, keine andere Farbe außer schwarz. Oh, oh mein Gott, Freizeitpark! Oh, ich hätte sowas von Lust drauf, wenn das Wetter schön ist. Aber, ja, momentan schwierige Situation. Aber man kann es sich sehr vorstellen. Man kann ja schon mal planen, wenn alles besser geworden ist. Wo man gerne hin will. Vielleicht bestimmt auch euer Sternzeichen das. Also, bei mir ist es Universal Park. Ich war da noch nie. Wollte da aber immer schon mal hin. Also, eigentlich liebe ich auch Disneyland. Wie zum Beispiel bei Wassermann. Aber Universal ist bei mir ganz weit oben. Und da würde ich super gerne hin. Also, es passt total. Hyroflask Sternzeichen Edition. Ernsthaft jetzt? Ära, oh. Also, wenn ihr noch mein Visco Girl Video kennt, dann wisst ihr wahrscheinlich, was für eine Hyroflask ich bin. Ich bin Fische. Aber, äh, ich hab mir die Pinke nur geholt, weil es kaum noch Farben gab. Eigentlich wollte ich die hellblaue haben. Oder genau so eine, die mir bei meinem Sternzeichen angezeigt wurde. Ja. Und zwar so eine hellniederne. Ich wollte nicht die knallpinke haben. Aber die hab ich halt alternativ genommen. Ich glaube, ansonsten gab es noch gelb, schwarz. Und ich glaub noch weiß oder so. Zu dem Zeitpunkt. Also, ich finde schon, dass es ganz gut passt. Jetzt haben wir Meerjungfrauen. Warte. Moment. Wir haben hier Meerjungfrauenflossen. Und würde die Farbe zu euch passen? Also, bei mir ist es grün. Aber, ihr wisst, damals in meinem 24-Stunden-Video, wo ich als Meerjungfrau unterwegs war, hatte ich so eine andere. Aber die ist leider nach und nach kaputt gegangen, weil ich die eigentlich extrem überstrapaziert habe, glaube ich. Aber, ich hab mir eine neue geholt. Moment, ich muss die im Rauskram. Für den Sommer schon mal. Ich hab sie. Und zwar ist das diese hier. Und irgendwie passte schon. Also, meine ist so grün-blau. Also, hier oben wird sie wieder grün, wie ihr sehen könnt. Stimmt schon. Aber ich finde die Flosse bei Zwillingen mega schön. Oder bei Stier. Die finde ich auch toll. Okay, jetzt haben wir Sternzeichen Jollify Edition. Ich bin gespannt, passt es zu mir? Steinbock ist da unten. Findet ihr meins? Passt zu mir? Also, eigentlich schon, ne? Ich hab diese dunkleren Augenbrauen so. Okay, ich hab ein bisschen Ansatz, obwohl sie hat auch ein bisschen. Blonde Haare. Nur die Brille passt jetzt nicht. Also, da würde auch irgendwie Löwe passen. Vielleicht auch von den Haaren ein bisschen mehr eigentlich. Aber die Augenbrauen wieder nicht. Oh, ist das schwer. Ja, aber ich würde mal sagen, es weicht nicht extrem ab. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Zwillingen, wäre es ja komplett anders. Hoba Bubba. Oh mein Gott, ich bin gespannt. Passt das zu mir? Ähm, Hoba Bubba Bubble Tape Sour in Blue Raspberry Geschmack. Ne, das wäre definitiv nicht meine erste Wahl. Auf gar keinen Fall. Also, wenn, dann würde ich mir Schütze holen. Ich würde das originale Hoba Bubba kaufen. Oder Cola, finde ich nicht schlecht. Schon wieder Wasser, Mann. Oder Cotton Candy Geschmack. Das hatte ich vorher noch nie. Das würde ich mir definitiv holen. Also, ich bin in diesem Fall auf gar keinen Fall mein Sternzeiter. Okay, von den ganzen Oberteilen wäre ich ja am ehesten. Entweder Fische oder Jungfrau. Wenn ihr mich erkennt, Schlammerpullis, Crotpullis, voll meins. Also, nichts gegen solche engeren Oberteile. Ich habe die auch. Und ich trage die auch gerne. Aber eher seltener. Ich würde es tragen. Ich würde es mir eventuell holen, wenn es ganz süß angezogen aussieht. Für den Sommer. Aber ich wäre halt auch irgendwie Fische und Jungfrau. Das eigentlich passen ganz gut drei Sternzeichen zu mir. Aber ich gebe mir trotzdem bei Steinbock einfach mal einen Punkt. Wow, okay. Traumurlaub einfach mal überall. Also, ich finde, Witter nicht schlecht. Das ist ja, glaube ich, Malediven oder so. Auf jeden Fall sieht das mir traumhaft aus. Aber bei mir habe ich auch nichts dagegen. Übrigens mag ich auch Schütze, die schwimmenden Schweine. Die sind auch super süß. Das ist einfach mein Goals, einmal bei schwimmenden Schweinen zu sein. Das finde ich auch richtig toll. Aber ich würde jetzt nichts gegen Steinbock sagen, weil ehrlich jetzt, ich wäre auch super gerne dort. Wasserpark. Becky und Wasserrutschen. Vor einigen habe ich Angst, Leute. Aber ich liebe Wasserrutschen. Bei mir ist es, glaube ich, die Rutsche entweder in Dubai oder es ist die auf den Bahamas irgendwie. Auf jeden Fall ist es die Rutsche, glaube ich, wo man durchrutschen kann durch so eine Röhre. Und dann sieht man die Haie rumschwimmen und Fische. Also, das wollte ich schon immer mal machen. Und ich habe schon öfters mal dazu was gelesen und gehört und gesehen und so weiter. Also, ich hätte überhaupt nichts gegen. Ich würde dann definitiv durchrutschen, solange der nicht mega steil ist. Dafür habe ich ein bisschen Schiss. Nein, Leute! Nein, auf gar keinen Fall! Schwarzer Kaffee bei Steinbock? Sag mal, hat es noch? Ist jemand von euch aus Team Steinbock, der das trinken würde? Digga, das ist Folter! Also, wenn, dann bin ich bitte schön Widder oder Wassermann, ja? Oder hier Stier. Ich würde mir auf jeden Fall ein Slushy reinziehen. Und ein Donut. Aber doch keinen schwarzen Kaffee. Es kommt zu Süßigkeiten. Und was bin ich? Gummikarotten! Ernsthaft? Die würde ich mir gar nicht kaufen. Von all den Süßigkeiten überhaupt nicht. Ich glaube, ich würde mir eher diesmal Waage kaufen. Aber auf gar keinen Fall Steinbock. Oh, Apple-Produkte! Passt euer Apple-Produkt zu euch, zu eurem Sternzeichen? Also, bei mir ist das MacBook eher. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber wenn du Videos bearbeitest, kannst du damit eher weniger was damit anfangen. Aber okay, ich habe nichts dagegen. Gefällt mir eigentlich. Ist okay. Okay, Spaceball-Edition. Und Leute, ich wünschte, jemand könnte genauso meine Haare machen wie bei meinem Sternzeichen. Verdammt, das sieht so schön aus. Und vor allem wisst ihr, was ich echt krass finde? Diesmal passt es sogar zu meiner Haarfarbe. Okay, Pool-Floaties. Ich bin jetzt gespannt. Okay, das passt. Ich habe so ein Einhorn-Floaty und es passt so was von. Also, ich mag auch das bei Jungfrauen zum Beispiel oder bei Schütze. Aber ja, ich bin zufrieden damit. Besser könnte es nicht passen. Das ist so komisch. Eher Slip-Barm. Okay, da würde ich mir definitiv Wassermann holen, weil ich glaube, das ist eher so Erdbeergeschmack oder sowas. Aber ich glaube, meins würde ich mir jetzt nicht so holen. Ich weiß nicht mal, was das für eine Sorte ist. Ich bin für Wassermann. Team Wassermann diesmal. So, Leute, wir sind schon am Ende gekommen. Passt euer Sternzeichen zu euch? Ich bin gespannt. Lasst es jetzt mich in den Kommentaren wissen. Also, bei mir, ich würde mal meinen, stimmt es zu 90%. Also, schon heftig, dass es so gut passte. Ja, ich bin gespannt, wie es bei euch aussieht und ich würde es bleiben sehen zu meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so lieb. Bye. Tschüss.